Der Zug kommt am Morgen um 3 Uhr bei uns an. Pro Tag lassen wir rund 3'000 Stück Gutsendungen über unser Regionalzentrum um. Emissionsfreie Lieferkette heisst für uns, dass wir die ökologische Belastung und den ökonomischen Nutzen möglichst im Gleichgewicht behalten können. Wir zeigen seit vielen Jahren, dass uns die Umwelt wichtig ist und setzen da mit diesen Projekten wie emissionsfreie Dinnenstadt konsequent um. Es ist einiges ruhiger als ein herkömmlicher Lastwagen. Es ist ein sehr entspanntes Fahren. Wir schonen nicht nur die Umwelt, sondern auch die Nerven des Chauffeurs. Mit dem Velo kannst du andere Wege nutzen als mit dem Lastwagen. Du brauchst viel weniger Platz, du kannst auf dem Veloweg, du kannst direkter fahren, du kannst irgendwo durchschlängeln. Und ich behaupte auch, dass die Reise auch zu einer attraktiven Stadt bei. Wir glauben daran, dass wir in den nächsten 10-15 Jahren CO2-neutrale Transporthäuser herbringen. Der Hinterflymiss ist eine reimetrie Differenzierungsp absorbed und erst�ung der Gewinne. Du kannst du ehrestellen. Sie gibt es zu Sn targeting. Vielen Dank.